Hallo, seid gegrüßt aus dem schönen Frühlingswald vom Patschi und von mir, der Susi. Patschi möchte schon gern weitergehen. Heute habe ich ein Lied für euch, da spielt ein Esel mit und ein Tier, dessen Stimme ihr schon auf der Mundharmonika spielen könnt, wenn ihr gut aufgepasst habt. Na, wer errät's? Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streik. Wer wohl am besten schenkt, wer wohl am besten schenkt, zur schönen Meilenzeit. Der Kuckuck sprach, das kann nicht und fängt gleich an zu schreien. Ich aber kann es besser, ich aber kann es besser, viel gleich der Esel ein. Der Kuckuck und 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 der Esel ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge, zur schönen Meilenzeit. Der Kuckuck sprach, das kann ich, und fing gleich an zu schrein. Ich aber kann es besser, ich aber kann es besser, fiel gleich der Esel ein. Das klang so schön und lieblich, so schön von fern und nah. Sie sangen alle beide, sie sangen alle beide. Kuckuck, Kuckuck, E-A, E-A, Kuckuck, Kuckuck, E-A.